Hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute zeige ich mal, wie man einfach so Schrift auf ein Objekt macht. Ich habe das mal mit so einer einfachen Cola-Dose hier angedeutet. Also wirklich nur mal schemenhaft und ich denke, sieht da im Großen und Ganzen gar nicht mal schlecht aus. Ich blende hier mal wieder alles ein und jetzt können wir mal den Text erst mal löschen. Dann fangen wir noch mal von vorne an. Am Anfang drücken wir mal SHIFT und A und fügen uns mal den Text hinzu. Schieben uns den bisschen zurecht. Das sollte man auch möglichst machen, damit sich der Text nicht so sehr verzerrt. Das seht ihr aber dann. Wenn der Text hier drüben stehen würde, dann kann es sein, dass da hier nur teilweise drauf ist und wie auch immer. So, jetzt gehen wir in meinen Bearbeitungsmodus und können hier dann unseren Text eben drauf schreiben und oder unseren Text erst mal definieren, je nachdem, was ihr machen wollt. Und dann könnt ihr hier natürlich noch die Schriftart wählen, hier je nachdem, was ihr eben machen wollt. Ich lasse das gleich mal so. Es kann ja auch sein, dass ihr was anderes machen wollt. Also wahrscheinlich wollt ihr etwas anderes machen. Wir müssen jetzt unseren Text auswählen und dann mal auf den Modificado gehen. Natürlich könnt ihr auch mit Skalieren den so größer und kleiner machen oder eben hier im Menü hier unten dann bei Größe zum Beispiel oder verzerren könnt ihr noch ein bisschen schräg stellen und hier eben die Größe. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also wir gehen jetzt mal auf den Modificado, gehen dann auf Schrumpfen und Umhüllen und das ist eben der Trick an der Sache. Ganz einfach. Hier gibt es ein paar Auswahlen. Hier gibt es die Web-Methode, also die Umringungsmethode. Nächster Punkt zum Beispiel wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auf die Oberfläche gehen und nicht auf irgendeinen Punkt. Deswegen wählen wir mal Projekt aus und hier gibt es noch ein paar Möglichkeiten auf der Oberfläche, innerhalb, außerhalb. Das könnt ihr mal ausprobieren. Und jetzt gehen wir hier mal auf negativ und hier unten wählen wir dann unser Ziel aus. Das machen wir am besten mit einer Pipette, wenn ihr sehr viele Objekte habt und dann sehen wir schön, wie das eben hier drauf springt. Wie gesagt, ihr habt jetzt hier verschiedene Möglichkeiten, das eben auszuwählen, wie das eben drauf springt. Da müsst ihr einfach mal selber probieren, was bei euch im Prinzip eben passiert. Hier kann man auch noch vorne und hinten auswählen und auch noch mit Grenzen und Unterteilung arbeiten und dem mit den Achsen arbeiten und die aber auch mit dem Versatz zum Beispiel arbeiten. Das kann sein, dass wir ein kleines bisschen rausgehen müssen, weil eben durch die Oberflächenverzerrung hier sich das ein bisschen, also der Text ist dann ein bisschen gewölbt und ein bisschen verzerrt nach oben hin. Und eigentlich sind wir jetzt in dem Sinne schon so gut wie fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Text natürlich noch mit Rechtsklick konvertieren in eine Masche umwandeln. Wenn ihr den zum Beispiel extrudieren wollt oder ihr könnt dann noch hier ein Modifikator hinzufügen, dreidimensionalisieren oder solidifier, wie das dann auf Englisch heißt. Und natürlich könnt ihr ja auch noch die Materialien hinzufügen, wie man das eben mit ganz normalen Objekten eben macht. Und dann eben hier noch ein bisschen, ja das machen wir eben wollt, auch ein bisschen metallisch und so weiter und so fort. Und schon haben wir im Prinzip ganz einfach ein Objekt eben beschriftet und war eigentlich ja ganz einfach. Okay. Dabei würde ich jetzt auch belassen und der Rest ist dann einfach ein bisschen ausprobieren. Dankeschön fürs Zuschauen.